So, was hast du denn vermischt? Dem hier, ne? So, hm? Gell? Ja, das ist wahrscheinlich ein Schreifes. Hm? Ein Schreifes, ja. Der Wind bringt was. Hm, hm? Die kann ich erst kurz aufstehen, ne? Weil so lag, ne? Da oben. Da geht ja auch ganz rein. Ja. Nach. Hahaha. Haha. Ja. Pfff! Du darfst schon neu sein. Du darfst schon neu sein. Hier guckt auch, ob es was zum Futter gibt. Harry, wir müssen zu laufen, komm. Wir haben schon noch ein paar Stück vor uns. Die haben die Autobahn gemacht. Das war früher alles viel schlechter. Die haben das da unten richtig geholfen. Der Weg am meisten Fels. Ich weiß nicht, weil es war ins Gau, war das noch schlechter hier. Da haben die auch nie viel Spaß gemacht. So breit. Das war für alle schmal. Das war für alle. Der Weg, die Bilder sind nicht mehr gut. Besonders das Glockengeläut der Kühe. Sehr, sehr angenehm. Aber da wirst du auf deiner Frau keine Umhänge. Das war für alle. Es war für alle. Das war für alle. Hahaha